Rana Mansour The Voice in Germany is out the Stimme der Menschen in Iran. Wir sehen euch und wir stehen an eurer Seite. Für Menschlichkeit, für Selbstbestimmung und für Demokratie. Frauen leben Freiheit. Applaus Für all the animals who suffer from elimination. Für all the cats and dogs who love us without no conditions. Für all the tears that seem to never end. Für all the images that keep on turning in our heads. For a simple smile to last a little while. For the future generations fighting for their time. For empty promises of heaven in the afterlife. For all the imprisonments of beautiful minds. For all the babies who are born and for the ones who died. For all the times you told the truth and all the times you lied. For all the speeches that we heard about a million times. For all the shouts and chalters that were sold and they could die. For just a glimpse of a peaceful life. For all the rising of the sun after an endless night. For all the pills we pop just to get some sleep. For all mankind in our country. For all the boys and girls who never knew equality. For humanity. For life. For life. For life. Man, life, freedom Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. The song that I performed tonight, originally written by Sherbin Haji Poor, composed of actual tweets of people living in Iran, has become the anthem of this revolution. I decided to translate it to English so that the rest of the world could understand. They arrested Sherbin after writing this song. They recently have arrested a beloved rapper by the name of Tumaj Salehi. And for the last 40 years, it has been completely forbidden and illegal for Iranian women to sing and dance freely in their own country. So, I'm here tonight to be their voice. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Rana. Rana Mansour. Thank you so much. Was Rana gerade gesagt hat, ist, dass der Song normalerweise von Sherbin Haji Poor komponiert wurde. Der Text bestand aus Tweaks und den Sehnsüchten der Iraner und Iranerinnen. Und Sherbin wurde für diesen Song kurzzeitig inhaftiert. Der Song wurde im Iran verboten. Sie hat ihn auf Englisch übersetzt, damit er auch für alle verständlich ist. Sie haben inzwischen auch mehrere Rapper im Iran eingesperrt, weil sie regimekritische Texte haben. Und die Frauen und Männer im Iran kämpfen seit so vielen Jahren und jetzt seit 48 Tagen. Und es ist eine Revolution und wir werden sie hoffentlich gewinnen. Und so schön, dass wir heute hier zuhören konnten und auch Sie und diese Worte hören. Und wir können so, so dankbar sein, dass wir hier einfach das machen können, was wir machen. So selbstverständlich. Und deshalb vielen Dank. Thank you so much. Und wir, wir freuen uns auf die Entscheidung. Gleich hier bei The Voice of Germany. Wir sind gleich zurück.